Für immer zuckerfrei für Kids. Von und mit Anastasia Zamponidis. Vermeintlich gesund. Kinderlebensmittel und die gesundheitlichen Folgen frühen Zuckerkonsums. Kinder lieben Süßes und damit auch Zucker. Das weiß ich aus meiner eigenen Kindheit, als kein Bütchen, das auf meinem Weg lag, vor mir sicher war. Leser meines ersten Buches werden sich erinnern. Bei Tessa, der kleinen Tochter meines Bruders George, sieht es heute nicht anders aus. Die Tatsache ist also allgemein bekannt. Weniger verbreitet ist jedoch das Wissen, warum das so ist. Von unserem ersten Lebtag auf dieser Erde an machen wir die Erfahrung, dass eine süße Sache gut für uns ist. Muttermilch schmeckt süß und somit ist dem neuen Erdenbürger von Anfang an unmissverständlich klar. Süßes musst du suchen. Diese Information prägt sich nachdrücklich ins Unterbewusstsein ein, denn Kleinkinder haben nicht nur mehr Geschmacksknospen als Erwachsene, diese sind auch viel empfindlicher als in den späteren Jahren. Man könnte also sagen, damit ist der zukünftige Ernährungsweg in Stein gemeißelt. Aber so einfach ist es nicht. Geschmack ist nur eine Komponente, wenn es um die Auswahl des Lieblingsessens geht. Geruch, Aussehen und individuelle Erfahrungen spielen ebenso eine wichtige Rolle und nicht zuletzt verändern sich im Laufe der Jahre die Geschmacksknospen. Wie Hautzellen leben diese Knospen nicht ewig. Sie sterben ab, ändern ihre Empfindlichkeit und Vorlieben. Es gibt also einige Möglichkeiten, die süße Neigung der Kleinen zu gesunder Ernährung zu leiten. Allerdings gibt es Leute, die daran offenbar überhaupt kein Interesse haben. Und von denen arbeiten einige in der Lebensmittelindustrie. Eine ganze Produktpalette von Lebensmitteln ist extra bunt mit lustigen Bildern gestaltet und ganz auf die junge Zielgruppe zugeschnitten. Die Eltern werden mit Werbesprüchen wie mit extra viel Milch oder wertvollen Vitaminen zum Kauf animiert. Doch nicht nur das. Es wird an die Verantwortung für die natürliche und gesunde Ernährung appelliert. Die Hersteller versprechen nur das Beste für ihr Kind und locken mit gesunder Ernährung von Anfang an. Die Slogans wirken. Eltern wollen ihren Kindern schließlich etwas Gutes tun. Dazu schmeckt es dem Nachwuchs. Und praktischerweise kommen die Lebensmittel in kleinen Portionen daher, die leicht zu öffnen und verhältnismäßig unfallfrei zu verzehren sind. Wer weiß, was für ein Chaos Kinder mit Nudeln mit Tomatensauce anrichten können, weiß das zu schätzen. Doch leider hält der Inhalt meist nicht, was die Verpackung verspricht. Die Organisation Foodwatch führte vor ein paar Jahren groß angelegte Testkäufe durch. Über 1000 Produkte, die sich im engeren oder weiteren Sinne durch bunte Verpackungen, beigelegtes Spielzeug oder entsprechende Werbesprüche an Kinderwandten wurden auf ihren Nährwert untersucht. Als Maßstab galt die Ernährungspyramide, die vom Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz entwickelt wurde. Diese Pyramide ähnelt der Lebensmittelampel, dessen Konzept inzwischen vielen bekannt sein dürfte. Die grüne Basis der Pyramide bilden Obst, Gemüse, Getreideprodukte und ungesüßte Getränke. Alles, was grün markiert ist, darf und soll reichlich verzehrt werden. Den gelben Mittelbau bilden Milchprodukte und Fleisch, wo zu einem mäßigen Konsum geraten wird. An der roten Spitze stehen die ungesunden Fette und die allseits beliebten süßen Snacks. Bei der Untersuchung zeigte sich, dass die Lebensmittelindustrie diese Pyramide für ihre Kinderprodukte quasi auf den Kopf gestellt hat. Fast drei Viertel dieser Lebensmittel fielen bei der Untersuchung in den roten Bereich. Das heißt, sie waren viel zu süß und oder zu fett und damit ungesund. Insgesamt war der Anteil an naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln deutlich zu gering. Es gab außerdem viel Fleisch und Wurst, vor allem aber Süßigkeiten en masse. Sollte nach Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation Zucker nur 10 Prozent der Gesamtenergiezufuhr ausmachen, lag der Zuckeranteil in den untersuchten Kinderprodukten beim Dreifachen. Die beliebten Frühstücksterialien müssten streng genommen, trotz ihres gesunden Images, längst als Süßigkeiten eingeordnet werden. So gilt es für vieles, was Eltern mit gutem Gewissen auf den Tisch stellen. In so gut wie allem ist viel zu viel Zucker. .